Bei den Serien-Reactions kann ich euch logischerweise kein Bildmaterial zeigen, bedeutet, ihr habt jetzt hier nur meine Facecam mit einem vorwärts- und einem rückwärtslaufenden Timer. Müsst das Ganze also auf einer Seite, euer Wahl, oder mit euer DVD, Blu-Ray, whatever, connecten, synchronisieren, und dann könnt ihr das Video genießen. Kuss. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück in zu einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Wir sind bei der vorletzten Folge von Haus des Geldes angekommen. Es wird krass, die letzte Folge war absolut heftig. Ähm, ich hab sie gerade erst gesehen, ich bin noch nicht ganz, äh, ich bin noch nicht ganz drüber hinweg, also, auch wenn es für mich schon gespoitert wurde, war es jetzt das zu sehen, im Nachhinein echt, nochmal was anderes, das mit anzusehen, und gerade die Reaktion von Helsinki, und auch mit dem Wissen, dass er jetzt ja, also, wir haben ja noch gar nicht wirklich die Reaktion gesehen. Die werden jetzt ja auch, die Folge wird saved am Anfang, dass sie um ihre Leiche, auch das zu sagen, ihre Leichehalter, rumsitzen, und weinen. Der Professor weiß es noch nicht. Ach, es sind so viele Sachen, die noch kacke werden in dieser Folge, über die wir hinwegkommen müssen. Aber, die Folge heißt Anschlag aufs Zelt. Was mir Hoffnung gibt. Der Professor plant, in allen Ecken und Enden der Police, ähm, sie ein bisschen reinzustechen, ja? Police ist so ein, äh, Beanstock, und er will überall einen Stock reinstecken. Und Anschlag aufs Zelt heißt für mich schon mal, Anschlag aufs Zelt. Pfeifert, ich weiß. Ich bin sehr gespannt, Freunde, die vorletzte Folge, die allerletzte Folge, ähm, geht ein bisschen länger, die werden wir uns auch noch ansehen demnächst, äh, logischerweise. Ähm, aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist der Abstand letzter Folge ein bisschen besser gewesen. Ich hab, äh, versucht ein bisschen vorzuproduzieren, ähm, und deswegen kommt jetzt vielleicht, äh, die nächste Folge, ich weiß nicht genau, wann die nächste Folge kommt. Ich hab, bin jetzt gerade, das ist die vierte Folge, die ich vorproduziere, deswegen habe ich in den letzten vier Folgen auch dasselbe T-Shirt an, Freunde. Weil ich, ähm, ja, einfach Bock hatte, jetzt auch zu Ende zu gucken, einfach. Deswegen, wundert euch nicht. Ich weiß nicht genau, wann die nächste Folge kommt, aber ich werde so versuchen, zwei Folgen pro Woche beizubehalten, jetzt bis zum Ende, ja? Gut, Freunde, ich würde sagen, äh, wir schauen jetzt rein. Die Folge geht 52 Minuten und 5 Sekunden. Wir drücken auf Play, macht euch ready, Freunde, ja? Macht euch ready, 3, 2, 1, drücken auf Play und 3, 2, 1, go. Okay. Anschlag aufs Zelt. Wenn jetzt kein Anschlag aufs Zelt passiert, bin ich traurig. Oder wenn da irgendwas schief geht, bin ich auch traurig. Man, wir haben jetzt schon einen dicken, fetten, fetten Loss gerade hingenommen. Jetzt brauchen wir wieder einen kleinen Win. Wir brauchen nur einen kleinen Win, bitte. Wir haben gerade einen fetten Loss hingenommen. Aber einen anders fetten Loss. Madrid, 49. Morgens. So war das. Hat er bereits. Und Tokio. Na gut, ausgeschaltet ist Tokio in Anführungsstrichen. Und so war das. Sie werden ihn doch jetzt nicht einfach rausholen können, oder? Fuck, Alter. Ey, wenn der ankommt, bin ich mad. Wenn der ankommt, bin ich mad. Der bin ich richtig mad. Dann bin ich richtig mad. Der bin ich richtig mad. No way. Mann. Den Wurf habe ich gefühlt von Denver. Den habe ich sehr gefühlt. Hat aber nichts mehr ausgerichtet, oder? Hat nichts mehr ausgerichtet. Er sagt halt, er hat Tokyo auch ausgeschaltet. Meint er damit bewusstlos oder wirklich ausgeschaltet? Sie merkt, dass er lügt. Oh, die Granate hat was bewirkt. Die Granate hat was bewirkt. Oh! Die Granate hat was bewirkt. Oder er wurde angeschossen, als er da durchgerusht ist. Okay. Oh, ist das ein Granatensplitter oder irgendwas? Okay. Ich denke... Ich denke, Tokyo ist entkommen. Aber er war zu stolz, es zu erzählen, dass sie entkommen ist. Und sagt, er hat sie auch ausgeschaltet. Aber ich sage, Tokyo entkommt irgendwie. Das ist mein Call. Ich sage, Tokyo entkommt irgendwie. Ich hoffe es. Das ist mein Call, Jungs. Callt mich gerne für meinen Call. Aber ich sage, Tokyo ist entkommen. Und er war einfach zu stolz, es zu erzählen am Telefon. Und hat deswegen gesagt, ich habe Tokyo auch ausgeschaltet. Holt mich ab. Oder er hat sie bewusstlos geknüppelt irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Mann. Ah, fuck. Wer ist das nicht? Ich kann es ihm nicht übel nehmen. Ich kann es ihm nicht übel nehmen. Ich bin es auch. Ich kann es ihm nicht übel nehmen. Oh, ah, nur Front, nur Front, doppel. All right. Der Typ, alter. Ich finde cool, dass wir auch in den Flashbacks, so gesehen, Flashbacks haben, in deinem Grund, du wirst, wie ich meine. Naja. Naja. Oh, er ist gerade noch bewusstlos. Er ist gerade noch bewusstlos. Noch ist er bewusstlos. Aber wie kann, wie kann es sein, dass er am Ende ankommt? Wartet. Ey, ich weiß, ganz wilde Theorie. Aber was ist, wenn er das gar nicht war in Schwarz auf dem Dach? Was ist, wenn er das in Schwarz gar nicht war auf dem Dach? Was wäre dann? Problem ist, die Stimme hat 1 zu 1 gepasst und er würde, selbst wenn sie ihn in seiner Gewalt hätten, nie die Stimme faken. Oder? Geht das irgendwie, kriegen sie das irgendwie mit einem Voice-Verzerrer oder irgendwas? Was wäre, wenn er das nicht war auf dem Dach? Was wäre, wenn er das nicht war auf dem Dach? Na. Frag das nicht nochmal, bitte. Oslo, Moskau, Berlin. Nairobi. Wie viele noch? Jetzt gibt's Krach, Alter. Jetzt musst du zurückkommen. Stärker denn je. Stärker denn je. Oh ja. Staffel 1 Professor Speck. Staffel 1 Professor Speck. Staffel 1 Professor Speck. 252 Ja. Jochen Stecker. Ja. Ja. den maßro war einfach klaut von der nase fuck oh jungs alter das jetzt einmal alles einigermaßen nach plan laufen bitte anton janzers ihren mann das war deutsch oder niederländisch eins von beiden oh 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 wer oder was ist paris ein kind ein plan mein plan könnte nochmal connection haben oh 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 sie müssen schnell die Verbindungen kappen easy oh tic tic , nice yeah wow tschüss nice perfekt das ist befriedigend das ist der erste pluspoint für uns seit langer Zeit seit langer Zeit holy shit agerische Wüste alright jetzt bin ich gespannt was hier los ist eigentlich schuhe bruder er sei auf der ganzen Welt connected die leben mein Lifestyle übrigens dreimal am Tag bestellen und vorm PC sitzen Jungs ich könnte auch direkt anfangen bewerten wir es raus oh shit oh 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 hallo ich hier bisschen hey sich mit der mutter monika bruder und dann und 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 Ach, Mann. Als ob sie Respekt hat vor irgendwas. Mann. 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 Ja, irre! 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 Ve半 defect Ja, irre! Ja, irre! Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Hat er gemacht? So ein ekelhafter Mann, Alter. Ey, er ist so ein ekelhafter einfach. Schon von Anfang an. Wahrscheinlich, oder? Na. Das ist es, Bruder. Sorry. Ja, wahrscheinlich, Jäger. Wie kann man so eine Ratte sein? Brauchst du Beruhigungsmittel? So eine Ratte. Mm. Wo ist das Zwerchfell eigentlich? Irgendwo beim Magen, oder? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin gespannt, was er sagt. Okay. Okay. Mhm. Hmm. Wahrscheinlich Tigger. Wahrscheinlich Tigger Das? Aber wie? Und was und warum? Hä? Ey, ich bin sehr gespannt, man. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie er das aushebeln will. Weil jetzt steht halt echt Wort gegen Wort, in Anführungsstrichen. Ah, sie sind da und befragen den Folterer. Und sie sind halt vor Ort. Oh. 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 Boom. Digga, gute Reaktion. Nein. Ja, er hätte schon längst die Bühne verlassen müssen, er hätte schon längst gehen müssen. Bruder, du hättest schon längst gehen müssen. Ah, du hast es verkackt, Digga. Er hätte schon längst gehen müssen. Er hätte schon von einer halben Stunde gehen müssen, Digga. Der Zug ist schon abgefahren. Drei Ballwurfmaschinen, Bruder. Der Professor ist back, Jungs. Er ist back. Ja, man. Soares, man, nervt euch jetzt nicht. Bam. Das war die dritte Rakete erst. Das war erst die dritte Rakete. Das war erst die dritte Rakete, Jungs. Tja. 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 gut angeführt gerade dass diese loss haben hier riecht sie das dass der geruch von gewinn gewinn liegt in der luft das war erst rakete 3 jungs ich liebe es hat das macht ok ich hatte recht oder ich hatte recht oder ich hab noch ich glaube ich hab halb recht oder der typ ist nicht der typ gambia ist nicht gambia oder gambia in all black oder jungs mädels vielleicht unten sind absolut eklig aber also auch 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 es auch 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 Oh, 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 oh. Ihre. Er ist nicht tot. Ein Symbol der Hoffnung. Holy fuck. True. Gänsehaut. 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 Gefickt. Gefickt, Digga. Holy shit. Krass. Alter, war das gerade heftig. Und das war Rakete 4 von 7. Alter, war das heftig. Boah, war das gut. Das war gut. Ach, Jungs. Sie weiß es noch nicht. Jetzt weiß sie es. Jetzt sind die Bullen die richtigen Arschlöcher, Alter. Oh, 5 Raketen nur. Nicht 7. Es waren nur 5 Raketen. Sorry, es waren nur 5 Raketen. FBI oder was ist das? Keine Ahnung, aber ich fühle den Typen jetzt schon. Ehrenmann. Sie haben zwei sehr elegale Sachen gemacht, Alter. Zwei sehr, sehr elegale Sachen. Alles was ich sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet. Maschallah, Alter. Endlich. Oh. Erre. Die Revolte beginnt. Mario, das ist einfach Mario, Jungs. Da war gerade Mario. So ein Ding hat er kassiert. Bam, bam. Bam, bam, bam. Die Folge war purer Balsam für meine Seele. Purer Balsam. Balsamico. Purer Balsam. Poseram. Poseram. Ey, das brauchten wir auch mal wieder. Eine Folge, wo es fast nur einen Win für uns gab. Ach, Jungs, Mädels. Das war extrem gut. Das brauchte ich. Das brauchten wir alle, glaube ich. Das war für unsere Seele wichtig gerade. Sehr wichtig. Ach, ey. Ey, das hat sich echt angefühlt, ob der Professor aus der ersten oder zweiten Staffel wieder back ist. Bam, er hat wieder funktioniert wie ein Computer. Bam, 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 das, 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 da, 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 das. Zu heftig. Und da sieht man mal, wie viel Dreck die Polizei am Stecken hat. Und ich glaube, das ist im Real-Life auch so ein bisschen. Die Polizei und auch, so Staatsleute machen auch viele illegale Scheiße, von der wir das bekommen, denke ich. Manchmal hat es positive Auswirkungen, manchmal nicht. Aber das war eine fucking gute Folge, Alter. Der Professor war back, Alter. Das war extrem schön mit anzusehen. Eine Folge haben wir noch vor uns, Freunde. Staffelfinale. Episode 8. Die geht eine Stunde. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden uns bald damit sehen, Freunde. Keine Sorge. Aber jetzt werde ich erstmal Paella fooden. Habe ich Paella jetzt zu Hause wahrscheinlich nicht. Fuck, ich habe immer noch vor drei Folgen, wo es Paella gab, habe ich immer noch richtig Bock auf Paella jetzt, Freunde. Aber gut, Freunde. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben, damit es euch gefallen haben sollte. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Ciao.